servus leute ich bin heute mal bei meinem vater vorbeigegangen habe ich angerufen als er hat noch rakete im keller gefunden ja da bin ich heute mal hingefahren was finde ich da noch die riesen dinger hier habe ich dachte das war riesen raketen aber das war dick hier vorne aber ich auch nicht so besonders auch von nico steht 16 gramm dick aber nix drin dann haben wir noch hier sp700 zerleger effekt haben wir auch sagen noch zwei kleine hier auch so kleine dinge wie kommen die 14 gramm 40,4 ja und andere hat immer ich war schön krumm hier ja genau ja das gefunden noch vielleicht demnächst mal zünden ein paar oder alle am besten ja also das war es exklusiv